Und meine Haut brutzelt, das wird immer heißer und es geschieht einfach nichts. Das ist die Hölle. Es gibt keine andere Beschreibung der Hölle, als da am Strand zu liegen. Das ist doch kompletter Quatsch. Ja, ich brutzle gerne. Besonders grauenhaft in diesen pornösen Handy-Posen, wo sich dann Leute irgendwie so hinstellen. Als ob man sich dann noch irgendwie in seinem eigenen Erleben glorifizieren muss. Ein Urlaubsflirt ist mehr wert als tausend Jahre Ehe. Erzähl mir von seinem Urlaubsflirt, Milad.